ja ein wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei dragon ball z kakarott wir sind gerade oder gleich gegen cell beziehungsweise gegen cell junior also er so wie mit vegeta wo diese pflanzen männer gebracht hat nur jetzt so gesehen mit cell junior also eine kopie nur in kinder vormalt deswegen junior ja da würde ich sagen let's go und ja was ich auch erwähnen wollte ich bedanke mich schon mal jetzt ich weiß das video ist aber schon sehr weit vor produziert weil er macht einfach so mega laune ich weiß auch nicht warum das ist für mich echt eins der spiele wo ich mir denke gott sei dank dass es endlich rausgekommen ist vor allem so ein spiel und ich bedanke mich jetzt schon für die ganzen kommentare für die ganzen likes etc also es ist echt nicht selbstverständlich aber ich bedanke mich viel 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 vielmals darüber und ja da würde ich sagen machen wir weiter ich spritte ein bisschen nach vorne und es kann sein dass wenn dieses video rauskommen das ist bisschen ja ich denke mal jetzt eine woche anderthalb wochen eventuell muss ich mal gucken ich habe jetzt ungefähr einige videos vor produziert so dass ich wirklich lückenlos immer um 18 30 die videos hochladen kann und ja es macht mir einfach mega spaß es ist einfach ich weiß nicht es macht mir einfach momentan sehr viel laune spielt aufzunehmen also gerade dragon ball weil es einfach ein spiel für mich ist wo ich mir denke warum kam es nicht früher aber ich lasse uns losgehen losgehen loslegen was war ich denn aus der junge das ist noch nicht fertig auch so okay so nicht mal voll so nicht hallo ist gut leute ist gut so kurze gegen die dame raus große naja endlich danke das ist ein ganz schön stark wie viel ich auch was war das denn jetzt ich bin aber ganz schön hier ich bin aber auch gesagt ihr wollt es echt wissen die beiden zeit sind genau macht aber die leute kam ja 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 sie ja fett aus muss man sagen aber eigentlich da mal hinterher hier viel spaß aber hallo müsste ich nicht ein ja hallo heute maus hallo einmal so der nächste für stoppt schön reingefressen so eine brandattacke hinterher und da kam ja hey so trifft er mich vor der kammer haben ja ein zünder alter bisschen los mit dem das schmeckt 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 und reingefeffert wie olga eine warte man ist es war eine mülle oder ja das schmeckt 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 krillin liegt ja am bot war ja klar wir haben ja okay entstanden ja 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 jou japan ja 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 c ja Oh! So... W.. Is that right? Wait. Before you disregard me... I... Carry it in that character. I'll... I'll ask you for your support. Das ist nicht so, was ich. Das ist nicht so, was ich. Das ist ein Zeug. Ich finde, dassel eine Selge ist. Du solltest auch ein wenig Zeit sein. Du solltest du sein, als er der Welt-Champion der Kanteier. Du bist, der Mr. Satan ist ein Mensch! Du bist mit einem Geist-Geräusern. Du kannst nicht mit uns mit den Kanten sein. Das war's für heute. Ah, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich hoffe, dass die Musik kommt. Ich bete zu Gott, dass die Musik kommt. Das wäre richtig geil. Das ist ein Schmuck auf dem Schmuck. Das ist ein Schmuck. Ich darf die Schmuck zwischen dem Schmuck und der Verlust. Ich weiß, dass du einen Schmuck nicht genau bist. Nein, das ist ein Schmuck «Digleheit»! Ich finde, dass ich nicht so nombre, dass du es findest. Ich bin nicht so vorkelt. Ich bin wirklich verletzt auf dem Schmuck. permite mich. Es ist nicht möglich. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut, Serie gewesen. Schade. Sehr, sehr schade. Boah, Alter. Super Saiyan 2, Baby. Geil. Let's go. Oh, ist das schön. Na, Papa, habe ich es gut gemacht. Hammer. Na, neidisch. Du flachpfeife. Ja, genau. Natürlich genauso. Was denkst du denn? Ja. Wow, mehr können wir nicht sagen, oder was? Aber freut euch doch, dass ich der Retter der Welt bin, Mann. So, schauen wir mal. Habe ich denn was? Oh, 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 kam ja mehr Haar. Okay, was haben wir hier noch? Ich würde mal Senko. Ja, nehme ich auch mal mit. Ah, ich habe auch nicht einmal kam ja mehr Haar hier drinnen überhaupt, ne? Körpereinschlag brauche ich nicht. Wie kann er sich nutzen, hä? Achso, okay. Wow. Ja, niemand kann mir mal gucken. Ich habe die einfach, ich weiß gar nicht, ob die generell irgendwie verstärkt, ob er noch ein anderes kam ja mehr Haar kriegt. Keine Ahnung, Mann. Egal. Let's fällts. Du Schnitzel. Oh ja, das gefällt mir. Ah, scheiße, falsch. Ah, das fühlt sich so geil an. Okay, das ist nur so eine kleine Kame, okay. Haha, Trottel. Oh, das hat geschmeckt. Ich dachte, ich könnte ihn. Boom, Alter. Schöne auf die Fresse, Mann. Oh, das macht so Bock, ey. Oh. Ein Fallrückzieher. Läuft bei dem. Oh, das ist die ganze Welt. Wie ist das? Ich habe den 18. Ich bin zurück. Ich habe nicht mehr geblieben. Nein, das ist gar nicht so. Dann ist das auch schon fertig. Ich bin jetzt hier, was ich? Ich will nicht... 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 Ich... Ich werde noch einen Moment sein. Ich werde es nicht mehr verletzen. Ich werde auch sterben. Ich werde auch sterben. Ich werde es nicht mehr verletzen. Was? Was? Ich werde es nicht mehr verletzen. 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 Es ist nur 30 Minuten. Tö... Tö... Was? Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr verletzen. Es ist nicht mehr verletzen. Ich werde es nicht mehr verletzen. Ich werde es nicht mehr verletzen. Es ist nur noch 10 Minuten. Ich werde es nicht mehr verletzen. Das war es. 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 Das. Das war es. 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 Das war es.